Wenn Sie Schulden haben, ist das Wichtigste die Sicherung Ihrer Existenz, also dass Sie alles haben, was Sie zum Leben brauchen. Vor allem Ihre Wohnung, Wasser, Heizung und Strom. Die Kosten für Wasser und Heizung, also Ihre Nebenkosten, zahlen Sie meistens zusammen mit Ihrer Miete an Ihren Vermieter. Den Strom müssen Sie selbst an Ihren Stromanbieter bezahlen. Wenn Sie Ihren Strom nicht mehr bezahlen können, kann es sein, dass Ihr Stromanbieter Ihnen den Strom abstellt. Dann geht kein Licht mehr, kein Kühlschrank und auch kein Fernseher. Wenn Sie die Miete Ihrer Wohnung nicht mehr an Ihren Vermieter bezahlen können, kann er Ihnen die Wohnung kündigen. Dann müssen Sie ausziehen. Im schlimmsten Fall sind Sie dann obdachlos. Wenn Sie die Miete oder den Strom nicht mehr bezahlen können, müssen Sie das unbedingt sofort Ihrem Vermieter oder Ihrem Stromanbieter sagen. In den meisten Fällen können Sie Ihre Schulden in Raten, also in kleinen Teilen, abbezahlen. Wenn Ihnen Ihr Vermieter die Wohnung kündigt und Sie Ihre Schulden nicht bezahlen können, kann er Sie zur Räumung Ihrer Wohnung zwingen. Das heißt, Sie müssen ausziehen. Wenn Sie eine solche Räumungsklage vom Gericht erhalten, gehen Sie sofort zum Sozialamt oder zum Jobcenter. Dort können Sie die Übernahme der Mietschulden beantragen. Das heißt, das Amt leiht Ihnen das Geld zum Ausgleich Ihrer Mietschulden. Ganz wichtig, sagen Sie Ihrem Vermieter und dem Gericht, dass Sie die Übernahme der Mietschulden beantragt haben und sich darum kümmern, dass Ihre Schulden bald beglichen werden. Mit der Zahlung der Mietschulden hat sich die Räumungsklage in der Regel erledigt. Der Vermieter darf eine Zwangsräumung nicht durchführen, wenn es dafür besondere Gründe gibt. Zum Beispiel, wenn in Ihrer Wohnung jemand lebt, der alt und gebrechlich ist und der Pflege braucht. Oder jemand mit einer Schwerbehinderung, zum Beispiel ein Blinder. Oder jemand ist schwanger und ein Auszug aus der Wohnung gefährdet die Gesundheit von Mutter und Kind. Auch wenn Ihre Kinder zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Schule wechseln müssten, zum Beispiel direkt vor dem Schulabschluss, darf Sie der Vermieter nicht aus Ihrer Wohnung werfen. Wenn bei Ihnen ein solcher Härtefall vorliegt, müssen Sie bei Gericht einen Antrag auf Vollstreckungsschutz stellen. Wenn das Gericht trotzdem entscheidet, dass Sie aus Ihrer Wohnung ausziehen müssen, dann müssen Sie so schnell wie möglich einen Antrag auf angemessene Räumungsfrist stellen. Das heißt, dass Sie nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt die Wohnung verlassen müssen. So haben Sie noch etwas Zeit, eine neue Wohnung zu finden. Sie haben Schulden und wissen nicht mehr weiter? Wir finden mit Ihnen gemeinsam einen Weg aus der Schuldenfalle. Die Beratungsstellen der Diakonie Hessen.